herzlich willkommen zu einer neuen folge von stronghold crusader ja wie soll ich sagen der letzte part von der mission 36 der abstieg hat mir jetzt nicht so direkt gefallen wir gehen noch mal rein und zwar was habe ich im letzten part macht ich habe den prinz schon in blauen genial beziehungsweise alle beide jahrs eingesperrt mit holzfäller hütten so dass sie nicht rausgekommen sind und ich hatte somit richtig viel zeit mich aufzubauen das heißt hatte richtig viel zeit sich aufzubauen und hat sogar die zwei jahrs dann auch platt gemacht in dem moment ich möchte diese mission noch mal wiederholen aber ich muss dazu sagen wenn ich alle drei kis nicht einmauern würde würde ich überhaupt kein land sehen also ich darf diesmal nur eine ki einmauern wenn ich alle drei nicht besser sagen wenn ich eine ki nicht einmauern würde würden alle drei mich instant gleichzeitig angreifen und ich habe somit keine chance die zwei jahrs gehen theoretisch meistens immer auf die steinbrüche wenn ich immer welche bauen würde und der prinz schon geht direkt entweder auf meine eisenminen bzw geht direkt auf mein lot zu ich werde den gelben prinz schon relativ schnell weg waschen können am anfang so gut wie es geht aber danach muss ich mich irgendwie ja aufbauen und das aufbauen braucht eben eine zeitlang und das problem sind eben die katapulte die jahrs und der prinz schon rausholen da der prinz schon der zweite der blaue relativ aggressiv dann ist nach einer weiter kann ich ihn nicht so schnell besiegen oder nicht mich so gut aufbauen muss ich gesagt deswegen wie gesagt werde ich diese mission jetzt noch mal mit euch spielen wird aber ein kleines bisschen anders machen und zwar indem ich nur einen einsperren darf mit den holzfaller hütten und zwar den blauen prinz schon würde ich da einsperren wollen nur in anführungsstrichen es ist trotzdem noch bug using in dem moment weil die KI ja nicht rauskommen kann in dem moment ähm deswegen ähm wie gesagt ähm letzte part war so naja nicht so in ordnung fand ich jetzt ähm vielleicht seid ihr der gleichen meinung und sagt ähm spiel nochmal diese mission aber ohne bug using das problem ist wie schon sagt es geht nicht ohne bug using ähm ich muss einen einsperren und ich würde ganz gerne den blauen prinz schon ähm einsperren dass ich etwas mehr zeit bekomme und den blauen prinz schon ähm würde ich dann direkt als nächstes platt machen und die zwei jahres dann danach geben ähm wir starten direkt rein wir kennen diese map überhaupt Pause also kennen sie überhaupt nicht wollte ich gerade sagen wir kennen die map ja also hier ist eisen hier oben ist ähm gestein ein paar bäume noch und hier ist der prinz schon ähm ja meine eine überlegung ist ja ähm ich habe ja ähm seit der letzten aufnahme nochmal ein bisschen hin und her probiert was ist am besten ich spiele natürlich jetzt mit markt weil es geht nicht ohne markt und ja fortsetzen ihr werdet es so gleich sehen wie ich es vorgenommen habe jetzt ähm wie ich das am besten mache ihr könnt das nicht dort platzieren ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord dann brauche ich eine waffenkammer ein ein links ein korn speicher und dann brauche ich sechs feimacher was habt ihr vor dann würde ich meine pferde dort hin schicken und jetzt schon mal langsam wir werden über ein turm los eure befehle ein torhaus wie lautet der plan so bin zur stelle alle seid gegrüßt einer für alle so ähm dann brauche ich nochmal ein bisschen gestein ähm zu befehl auf sie die pferde gehen dorthin jetzt nachdem ich jetzt ein bisschen mehr holz habe würde ich auch ganz gerne schon mal dann hier unten getreide anbringen eine wohnschaft herr es sieht aus als würde eure burg fallen mein lord das geht nicht so ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord eine wohnschaft herr mein meister benötigt die folgenden güter sofort auf die reise bitte mal dorthin schild bereit eure lordschaft bin zur stelle es werden waffen so ihr seht schon ähm ich hab jetzt nochmal ein paar Bogenschützen bitte mal hier hin danke ähm jetzt habe ich genug ähm Holz dass ich hier paar eisenminen noch hin bauen kann ähm die eisenminen sind sehr wichtig wir benötigen mehr Holz ja wie soll ich sagen dass ich eure Geld reinkomme so Brot kann ich immer mal ein bisschen anfordern das ist wichtig nämlich danke wir benötigen Holz so wenn der erste prinz schon kann ich ein bisschen mehr machen so welchen weg sei er hier würde ich jetzt ein kann ich nicht egal ich habe ja hier noch ein so jetzt heißt es mal ein stückchen abwarten schauen dass ich nochmal ein paar bin zur stelle die benötigen gold mein bogen ist euer rücken aus gehen auch nochmal hier hoch wir sind bereit hier sieht es relativ doch gut aus schon mal was habt ihr vor in den sattel ich sagt ich muss abwarten bis die torhäuser äh torhäuser sei schon die türme alle platziert sind dann kann ich es einsperren den blauen prinz schon sonst geht es eher weniger ich kriege eisen jetzt langsam ich muss auch nochmal eure verbündeten ich brauche eine botschaft ein meister wird die güter um die ihr gebeten habt nicht senden so dann kaufe ich eben nochmal ein bisschen was ein das heißt es auch noch ein bisschen abwarten schauen als nächstes würde ich ganz gerne das machen wollen wir folgen euch herr vorwärts männer greift an brüder so die greifen jetzt mal den da ganz gechillt an so dass unsere ähm beliebtheit natürlich nicht sinkt brauche ich ein bisschen nahrung und co äh deswegen würde ich sagen erstmal noch eine mühle da ich sehr sehr viel holz habe kann ich mal hier langsam mit den bäckereien anfangen ihr könnt das nicht dort platzieren acht stück sollten erstmal reichen dann würde ich abwarten bis ich holz bekommen ich sollte ja demnächst holz bekommen wir stehen wir stehen eine botschaft herr so diesen blatt wo seid ihr jetzt somit eine botschaft herr kann ich hier oben noch mal ein paar holzfüller hin platzieren triumph so und noch mal ein bisschen mehr holz hier muss ich aufpassen ähm bin zur stelle es werden rekruten benötigt seien jetzt brauche ich noch mal ein paar rekruten ein zwei drei vier so dass ich ein bisschen mehr bekomme ähm das ist die fünf hier hoch eine botschaft herr sendet die armee aus ich komme mein geburtsrecht einzufordern so ich muss jetzt erst mal die abfangen es werden rekruten benötigt seien jetzt brauche ich noch mal ein paar rekruten das ist okay was ich natürlich auch machen könnte wäre es werden rekruten benötigt seien davon ein paar holen seid gegrüßt einen schild wir sind bereit nein kein schild mein herr wir geben unser bestes eine botschaft herr es sieht aus als würde eure buch fallen mein laut weil ich sonst ja hier kein land im sicht habe es tut mir leid wenn ich das machen muss wir benötigen steine aber irgendwie muss ich ja hier herankommen es werden rekruten benötigt sein jetzt brauche ich noch mal ein paar rekruten eine botschaft herr jetzt brenne ich eure scheuden und eure stelle nieder bald komm ich und hole euch es ist sehr 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 eklig mein meister hat euch eure vorräte geschickt die katapulte insgesamt das ganze drum und dran das ist so nervig jetzt brenne ich eure scheuden und eure stelle nieder das problem ist gerade ich brauche da einfach guten bflanzen trigger das soll ja kein thema sein bin zur stelle das problem sind wirklich nur die katapulte hier da muss ich aufpassen das müssten auch die letzten sein was machen die machen die doch die holzverladung kaputt ihr seid der film nicht dran wir wollen natürlich meine landwirtschaft kaputt machen da haben sie tatsächlich was geschafft ja bin zur stelle benötigt sein ja guck nochmal kann ich hier ja wir machen erst mal den kaputt natürlich geht meine landschaft auch unter das ist natürlich nicht bogen schützen bereit wir geben unser bestes benötigt sein ich sag mal ist gerade so noch hier wird ich das ganze erstmal rum machen auf die sache tatsächlich ist ja hier schon wieder ausgebrochen könnt das nicht dort platzieren my lord die sperrchen noch mal ein es werden rekruten benötigt sein jetzt brauche ich natürlich irgendwie langsam mal rekruten unsere lebensmittel vorräte schwingen dahin euer gnaden wir haben nicht gemein so das mal bitte hier weg das schwein na komm danke jetzt wird es mal langsam seit eine kirche hier hinten zu platzieren in der kathedrale eine kathedrale und findet sich auf dem würde ich noch mehr brot holen wollen weil ich sehr viel holz habe würde ich auch ganz gern es sieht aus als würde eure burg fallen mein lord so beliebheit steigt bin zur stelle benötigt seien ich brauche auch noch zusätzlich gleich paar rüstungen ähm wir benötigen mehr gold wir benötigen mehr gold eure beliebtheit steigt ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord ich sage eisener ist meine einnahme queller deswegen brauche ich mehr eisen als alles andere Es werden Rekruten benötigt sein und was ich natürlich noch brauche und dann irgendwann jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Stellen nieder. Bald komm ich und hole euch! Wer ist das schon so breit anscheinend? Kann doch nicht wahr sein. Dann tun wir ihn noch mal einsperren, weil ihr seht schon, es ist verdammt viel. Eine Botschaft, Herr. Mein Meister glaubt, dass wir diesen Krieg verlieren. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Herr. Ich bin einfach kein Kämpfer. Mein Ende naht. Eine Botschaft, Herr. Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Stellen nieder. Bald komm ich und hole euch! Es werden Rekruten benötigt sein. Ich sehe den Weg nicht. Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu Dienst. Ja, mein Freund. So, jetzt brauche ich so viel wie nur möglich. Erstmal abwarten, schauen. Warten. Könnte ich nochmal vergrößern. Oh, da frisst jemand aus. Es werden Rekruten benötigt sein. Und wieder ein Graben? Der Feind wird uns auslachen. Los, 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 los. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnab. Au, 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 au. Nein. Nicht mein Kornspeicher. Danke. Muss das sein? So. Jetzt habe ich wieder sehr viel Holz. Ich könnte direkt wieder neue Eisenminen holen. Was ich auch direkt machen werde. So. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Bis so schnell Rekruten benötigt sei er. So. Es werden Rekruten benötigt sei er. Jetzt muss ich mal schauen. Also der kommt hier anscheinend erstmal noch nicht wieder raus. Also habe ich erstmal wirklich nur, äh, die zwei Jarls vor mir, äh, die mich permanent angreifen wollen. Es werden Waffen benötigt sei er. So. Jetzt brauche ich langsam auch Gold. Äh. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ich habe Minus Nahrung gerade. Das ist blöd. Sprich, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend... Grieß wird die schnellste Schlagzeit, die ich jede Schlange habe. Na ja, da kommt er wirklich schon aggressiv rein. Aber wir können sie relativ gut abwehren. Das ist schön. Und gut. Zugleich. Hier könnte man noch einer... Hier könnte man noch einer... Das sollte passen. Ja, meine Beliebtheit sinkt. Ja, meine Beliebtheit sinkt natürlich, weil ich ja keine Nahrung habe. Muss ich umenden ganz schnell. Und ich sehe gerade... Jawoll! Was wünscht ihr? Das Leben ist grausam. Seid gegrüßt. Wir sind bereit. Angriff. Wir haben kein Gold. Nein, es werden Waffen benötigt sein. Eure Befehle? Das Schöne ist ja wirklich, dass er Streitkolbenkämpfer einsetzt. Und meine Pekiniere sind ein bisschen stärker als Streitkolbenkämpfer. Aber auch nur ein bisschen. So, langsam mal... Das nächste... Ein erträglicher Auferlust. So, jetzt habe ich natürlich kein Gold. Dann heißt es erstmal ein paar Waffen verkaufen, dass ich Gold bekomme. So. Jetzt... Eine Botschaft, Herr. Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Ställe nieder. Hab ich theoretisch ein bisschen mehr Glück. Vielleicht. Die armen Leute. Ja, die armen Leute. Die... Bedauere ich mal nicht. Das riecht noch eher sein. Hi. So, wenn ich euch jetzt nochmal langsam... ...mehr... ...dings reinbekommen, wäre das cool. Ich bin hier hinten nochmal in eine Mühle hin. Eine Botschaft, Herr. Mit euch bin ich noch nicht fertig. Ihr werdet meine Axt im Nacken spüren, noch bevor das Jahr vorbei ist. Ja, ja, mach das mal. Ich bin nötigend. Was ist das? Nicht so recht. Ich kann nicht sagen, dass es mir leid tut. Ja, sag das mal nicht. So laut. So, es... Ich muss sagen, es läuft besser als geplant. Theoretisch erst mal. Ähm... Ich würde jetzt nochmal ein paar Armbruststützen holen. Wegen die gepanzerten Soldaten. Ähm... Jetzt muss ich mal... ...ganz dringend hier verkaufen. Und... Ich werde nur... ...ein... ...Bogenmacher machen lassen. Und den Rest erst mal hier drauf gehen. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Eine Botschaft, Herr. Dass ich wirklich sehr viel Gold bekomme. Das wird die schnellste Schlacht sein, die ich jede Schlange habe. So, wenn ich mehr und mehr Eisen bekomme, heißt das, dass ich auch mal ein bisschen Gestein kaufen kann. Dass ich mal ein paar... Ja, wie soll ich sagen? Äh... Jetzt ist das hier meine Mühe kaputt gemacht worden ist. Es sind sehr viele. Es sind sehr viele Streitkalkentamper, trotzdem immer noch. Obwohl ich, wie gesagt, die Grins schon eingesperrt habe, sind es relativ doch viele Streitkalkentamper. Wo ich mir doch Gedanken machen müsste, wenn nicht oder auch nicht, muss ich mal schauen. Es werden Rekruten benötigt sein. Der Herr ist allgegenwärtig. Die Wege des Herrn sind unergründet. Weitkalkentamper wollen jetzt hier rundher. Es werden Rekruten benötigt sein. Jetzt fehlen mir wieder Rekruten. Plus noch ein bisschen mehr Geld. Hier habe ich ein bisschen mehr Geld. Deren wird ich erstmal hier zumauern. Was ich jetzt machen möchte, wäre, noch einen zweiten Turm hier hinten zu platzieren. Demnächst. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, wie viele habe ich? Zehn Stück. Kann ich immer noch nicht hochschicken. Denn, wie gesagt, ich brauche hier noch einen zweiten Turm. Eventuell hier vorne. Den würde ich dann verbinden. Schön. Ähm, muss ich aber mal schauen. Die arabischen Schwertkämpfer werden fallen. Und da sind sie aufgefallen. Sehr schön. Ähm. Eine Botschaft, Herr. Mit euch bin ich noch nicht fertig. Ihr werdet meine Axt im Nacken spüren, noch bevor das Jahr vorbei ist. Ich würde erstmal nochmal ein bisschen hier vergrößern. Wir freuen euch, Herr. Dann. Das war's tatsächlich. Irgend Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Also bloß achtmal, dass ich selbst Gold wieder reinhole. Eine Botschaft, Herr. Ich nehme diese Ländereien in Besitz. Bin zur Stelle. So. Da kommt schon die Katapulte, wo ich ein bisschen mehr Angst habe. Es sind 33 Bogenschützen drauf. Ich würde ein bisschen sagen, hier noch ein Turm hin platzieren. Oder hier hin. Ja, das würde sogar passen. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, die müssen jetzt so viel abwehren, wie es nur geht. Eine Botschaft, von der Pika auf gelernt. Boah. Es werden Waffen benötigt, Sire. Euer Gnade. Mein Bogen ist euer. Ähm. Wir geben uns ein, eine Drehklinge auf. Hier. Die Dinger wegmachen, bitte. Eure Befehle sind gespannt. Es werden Waffen benötigt. So, erstmal ein paar Armpos-Schützen mehr holen. Denn ich brauche hier Armpos-Schützen. So. Und. Dann würde ich. Ganz gerne erstmal hier noch ein. Vorhaus hin platzieren wollen. Ein erträglicher Auferlust. Das Ding werde ich machen wollen. Euer Gnaden. Bin zur Stelle. Belagerungsgeräte bemannt. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Und so. Alle Armpos-Schützen bitte mal hier hoch. Danke. Ich komme mal im Voraus. Ähm. Denn ich brauche ja ein paar Armpos-Schützen. Bin zur Stelle. So. Da ich jetzt auch Gold regeneriere. Kann ich mal ein paar. Mehr Einheiten holen. Wurde Frage war. Äh. Okay. Ich brauche mehr Rüstungen. Und natürlich ein paar Bogenschützen noch. Meine Waffenproduktion wird riesengroß. Wie ihr sehen könnt. Wie sieht es aus. Bier habe ich extrem viel. Eine Botschaft, Herr. Jetzt brenne ich eure Scheude und eure Stelle nieder. Bald komme ich und hole euch. Könnte ich nochmal hier weitere Treckereien hin tun. Mein Bogen ist teuer. So. Armpos-Schützen bitte mal hier hin. Ihr seht schon. Wir haben relativ wenig. Ähm. Gestein wollte ich gerade sagen. Wir haben relativ. Ja. Bin ich. So wenig habe ich ja auch nicht. Äh. Sag. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Okay. Jetzt brauche ich nochmal ein bisschen Holz. Holz kann ich ja einkaufen. Immer und schon mal wieder. Äh. Mittlerweile. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Ne. Fünfte Schenke. Würde ich ganz gerne. Und natürlich 1, 2, 3. Weitere Häuser erstmal. Kann man also bis 150. Ich habe 138. Also ich kann noch ein Haus hier platzieren. Ich nehme diese Ländereien in Besitz. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt seien. Das soll cool nicht euch sagen. Genau. Plus 2 Religionen noch. Wir benötigen Gold. Wir brauchen mehr Gold. Ich werde erstmal ein bisschen. Oh. Sehr viel Eisen mittlerweile. Ähm. Ich werde ein paar Harnische schon mal vorkaufen. Es werden Waffen benötigt sein. Ähm. Und dann wollte ich. Ihr könnt das nicht dort. Davon was machen. Und. 1. Und 2. Große Brunnen. Zur Not. Das ist wirklich nur zu abwählen. So. Ihr. Glaubt mal. Bittet mal hier an. Ich brauche also mehr Ballisten. Und ihr seht schon selbst. Sie sind sehr, sehr, sehr aggressiv. Auf dem Weg. Na. Wer schließt am meisten auf? Bin zur Stelle. So langsam aber ihre eigenen Logite in Blatt machen. Finde ich ja ein zu heilfro-tomal. Wir geben unser Bestes. So. Noch mal ein bisschen mehr. Gestein holen. Also ich muss sagen. Es läuft viel, viel, viel besser als immer sonst. Was heißt immer sonst? Es läuft einfach viel, viel, viel besser. Dann würde ich mal eine kleine Abgrenzung machen wollen. Mit ein Torhaus hier. So. Große Frage ist. Ja. Ich kann hier ein Turm hinterlassen. Hier den nötigen Stein holen. Und eventuell hier hin. Das ist okay. Stein holen. Okay. So. Nochmal Stein holen. so die mauern noch mal ein bisschen verstärken also ich muss sagen es läuft auf jeden fall viel angenehmer als sonst immer wir benötigen holz das ist wie gesagt kein thema das wohl ich immer mehr wieder ihr habt nicht genügend güter es werden waffen wo ich könnte hier noch ein turm platzieren sehe ich gerade dann wird es noch einfacher die katapulte abzufangen wie gesagt klau macht hier nichts mehr ich über ihn aus er hat kein gold mehr also wenn man ein einsperrt ist es vollkommen in ordnung finde ich jetzt also wie im letzten part so viele reinzustellen benötigt ich bin mir zur stelle es war nicht so toll jetzt wollte ich theorie nicht geschenke ich wollte noch mal was verkaufen und ihr habt nicht genügend 35 einholen ich sehe gerade ihr habt extrem viel also ein bisschen was verkauft noch ein turm hierhin mit einer weiteren ballister was soll konstruiert wird ihr lagerungsgeräte eine botschaft mein meister glaubt dass wir diesen krieg gewinnen ja endlich endlich sagt er das mal die ganze zeit sagt er wir werden das verlieren und jetzt sagt er mal endlich dass wir das gewinnen können ich werde noch ein bisschen stein holen und zwar für ein turmhaus und zwar hierhin der bergfried ist komplett und somit sind wir auch komplett fertig eisenminen laufen sehr gut also eisen beklage ich mich mal nicht ich habe immer und immer wieder den fehler gemacht hier oben die steinbrüche zu holen was relativ quatsch ist muss ich ehrlich dazu zahlen die holzbäller wird manchmal abreißen und gekonnt genauso wie die hier eine botschaft herr jetzt brenne ich eure scheuden und eure stelle nieder bald komme ich und hole euch wir benötigen holz es werden waffen benötigt seier schultert die waffen vorwärts mein bogen ist euer rücken aus mein herr waffen geschultert was wünscht ihr sind aus dem weg hier hoch also ich bin jetzt wirklich gespannt wen sie jetzt noch angreifen also ich bin tritt höchst herr so meine ich bin höher als scheiß also gehen sie wahrscheinlich auf das ist schon mal sehr gut es werden rekruten heute einfach mal sagen menschen mit gott in ordnung nicht jeweils auflösen es werden rekruten benötigt seier zu diensten konstruieren belagerungsgeräte so ich werde auch gleich mal noch feuerballisten holen schultert die waffen eure befehle dann habe ich jetzt nur 13 unser werkzeug ist bereit und ich muss ehrlich dazu sein ich bin schon ich bin zur stelle hier einmal die kaputt machen jetzt sind schon drei katapulte sind hier und greifen mich nicht an mehr und sie greifen ihr eben jetzt an also sie gehen tatsächlich auf schwächerin was sehr interessant ist deswegen werde ich mal den hier in gleich rausholen eventuell könnte ich sogar jetzt schon mal ein paar steinbrische holen 1 ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord ich hoffe dass es reicht okay das würde so funktionieren wie ich es gedacht habe deswegen werde ich hier ein torhaus platzieren ihr seid der größte herrscher wir sind endlich der größte gott sei dank was ich natürlich jetzt dort oben herrscher ist ja wahrscheinlich mal ein paar bogenschützen in bewegung rücken aus hier hin und ein paar armbuss schützen im laufschritt wenn meine steinbrüche nämlich dort überleben sollten passt das nämlich eine botschaft herr der meister fordert eure sofortige unterstützung ja was denn nun du hast mir geholfen ich muss dir jetzt sein nein 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 es werden rekruten benötigt sei 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 läuft es. Ich brauche auch außerdem, was ich jetzt noch brauche, ist Holz. Euer Gnaden? Dann würde ich ganz gerne hierhin noch eine Balliste hintun. Die natürlich dücken. Ihr geht alle dann hier hoch und ich hoffe, dass es trotzdem reicht. Jetzt. Weil ihr seht schon, die greifen mich richtig brutal und eklig an. Also, beziehungsweise jetzt den Scheich greifen sie richtig eklig an. Und, ja. Katapult bereit, my lord. Ich würde jetzt schon mal erstmal hier nochmal ein bisschen Getreide erholen wollen. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Mal schauen, ob 5 Reisen... Balliste, bereit, my lord. Katapult bereit, my lord. Ben würde ich natürlich dann später mehr herholen wollen. Katapult bereit, my lord. Meine Botschaft, Herr. Emporkömmling. Verschwindet von meinem Land. Deiner. Okay, ich würde tatsächlich mehr holen wollen. Euer Gnaden? Schultert die Waffen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und... Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt sein. Was ich natürlich noch nebenbei machen muss. Dieser verkaufen und natürlich hier kaufen. Es werden Rekruten benötigt sein. Zur Stelle. Ein unmögliches Ziel. Balliste, bereit, my lord. Das wollen wir doch nicht. Die kommt immer noch nicht raus, komischerweise. Ja, wenn ich aber das Holz hier noch bekommen würde, wäre es mega cool. Dann habe ich ja theoretisch nur noch zwei Scheicher. Also, ich würde auch ganz gerne in dieser Folge, ähm... Was wünscht ihr? Ei. Vorwärts! Es schaffen. Euer Gnaden? In Ordnung. Bildträger. Machen. Konstruieren. Ihr könnt das nicht, ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Eure Armee hat fast die maximale Größe herein. Ihr habt nicht genügend Gold. Okay, fast die maximale Größe schon. Bogenschützenbereit. Schild wird neu positioniert, my lord. Das ist wahre Macht. So gut wie erledigt. Katapult bereit, my lord. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild die 1. Schild bereit, eure Lordschaft. Ah, Feuerballisten. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird Achtung. Katapult bereit, my lord. Katapult wird bewegt. So, jetzt kommt er auch raus. So gut wie erledigt. Wackelig wie ein Gartenhaus. Schild bereit, my lord. Ballisten, los. Es werden Waffen benötigt, my lord. Es werden Waffen benötigt, seine Lordschaft. Im Laufschritt. Zu Diensten. In Bewegung. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. So, den greife ich jetzt so richtig eklig an. Katapult bereit, my lord. Katapult bereit, my lord. So, das wäre fast erledigt, genau. Dann machen wir doch mal die Kirche kaputt machen. So gut wie erledigt. Waffen geschultert. Balliste bereit, my lord. Bereits eure Lordschaft. Schild bereit, my lord. Balliste zur Katapult. Mag nicht. Eine Botschaft, herr. Der Meister fordert eure sofortige Unterstützung. Mach doch. Also, ich kann ihm helfen, ja. Aber... Er hat mir auch nie geholfen so richtig. Und warum sollte ich ihm jetzt helfen? Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, my lord. Mein Herr. Schild bereit, eure Lordschaft. Wacke ich wie ein Kaltenhaus. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. So, treffen wir diesmal. Nein, nicht. Katapult wird bewegen. Wollen wir also nochmal ein bisschen hier höher. So gut wie erledigt. Vielleicht jetzt irgendwie... Ja, ich mache natürlich meine eigenen Katapulte kaputt. Was ist ja natürlich traumhaft. Als Dienischer geht es hier überhaupt nicht. Oh. Katapult bereit, my lord. Balliste bereit, my lord. Ist fortgekurbelt. Und los. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Wir geben unser Bestes wie erledigt. Ballisten zündet mal ein bisschen mehr an. Ballisten zündet mal ein bisschen mehr an. Er lebt noch. Wahnsinn. Schild bereit, my lord. Das ist... Na ja. Schild bereit, my lord. Katapult bereit, my lord. Das hat gerade so noch gereicht. My lord. Ist hochgekurbelt. Okay. Er hat wirklich alle... Da war ein ganzes Schild. Einiges Schild. Bereit ist fortgekurbelt. Aber er brennt schon mal. Malone. Malone. So gut wie erledigt. Malone. Balliste bereit, my lord. Malone. Was ist schlafen, man? Malone. 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 so wenn die fische auf accessiv stehen passt das schon mal es werden rekruten benötigt sein bereits zur stelle eine botschaft nein kommt man bitte hier zurück weil es brennt aber er versucht es zu löschen wieder das ist vollkommen in ordnung hier muss kaputt gemacht eure leundschaft zu diensten auch mal hierher und dann würde ich sagen dass die pikiniere mal langsam hier hoch gehen aber gern also er macht hier nichts mehr ich werde das gleiche machen wie er das getan hat auf dem weg und zwar mit pikiniere richtig in der großen armee ihn einfach mal angreifen und überrennen denn er hat wirklich die ganze zeit das gleiche mit mir gemacht das wollte ich überhaupt nicht so er lebt noch aber er hat kein korn spaß deswegen eure verbündeten wieder senden ich gebe dir mal ein bisschen holz dazu hier auch noch mein meister gratuliert euch zu eurem triumph hier ist ein gestein komm es tut mir leid dass es so lange gedauert hat der meister lässt euch wissen dass eure güter eingetroffen sind und was ich dir jetzt noch eure verbündeten weil ich natürlich ein guter herrscher bin hier es werden rekruten benötigt seien was ist davon noch ein bisschen was eure launcher von der pike auf gelernt theoretisch könnte ich ihn überreden aber mache ich natürlich nicht die lasse ich mal ein bisschen freundlicher sein aber gern so hier kann ich das nicht dort platzieren mein lord ihr könnt das nicht dort platzieren wenn ich es so die schilder die armbrust schütteln rücken aus in ordnung ein unmögliches ziel balliste katapult schild bereit seier balliste bereit my lord schild bereit eure lordschaft geschultert und weg schild bereit eure lordschaft bereit balliste bereit my lord so schild bereit eure lordschaft schild wird neu positioniert meine boge ist euer liste bereit my lord gehen wir hier hin das ist wahre man kann er sich wieder aufbauen ich hab den doch gold schild nicht geschickt eure verbündeten äh guter senden hier du hast gestein bau jetzt deine mauer eure verbündeten hier holz was du mit deiner beliebtheit machst keine ahnung oh god okay er ist tot er ist so gut wie tot äh oder kann er sich aufbauen noch also Pech kann ich ihm leider nicht geben weil ich kein Pech abbauen kann ich hab dir geliefert was du haben wolltest es werden rekruten benötigt seien es ist kein platz in der waffenkammer es werden rekruten benötigt seien eure lordschaft wer spielt am meisten mit ihnen uns entgegen von dem das problem ist er muss jetzt noch ein stückchen durchhalten ach es werden rekruten benötigt seien weil meine leute sind nicht so schnell es werden rekruten benötigt seien es werden rekruten benötigt seien es werden rekruten benötigt seien zur stelle er wird wahrscheinlich drauf gehen das kann ich jetzt schon zu sagen aber er hat lange durchgehalten da er mir ja nicht geholfen hat also was er was heißt er hat mir nicht geholfen wenn ich jedes mal ihn angefragt habe ob er mir helfen kann nein kann er nicht kann er mir andere Güter senden nein kann er auch nicht er kann nur Brot senden was eben das problem so darstellt in dem Moment für mich er hat aber auch gar nichts mehr er braucht wirklich extrem viel holz ich bin mal gespannt also bis jetzt überlebt er es ja noch da kommt meine pekiniere rücker aus rücker aus zu diensten na wer spießt am meisten auf nieder mit ihnen oh gott oh gott uns entgeht niemand vorwärts pekiniere ich gebe mein bestes aber wenn er natürlich nichts macht dann würde ich sagen wir verteidigen uns rücker aus rücker aus mit mehr türen mit mehr türen die steinvorräte sind zu knapp sein euer gnaden 1 2 wie können wir helfen lagerungsgeräte bemannt mein herr sind auf dem weg das Problem ist gerade ich sehe ich will mal was gucken hier habe ich extrem viel gerade ich könnte noch eine schenke machen und somit kann ich noch mal 1 2 3 weitere leute holen meine wirtschaft noch mehr anzukurbeln aber ich merke gerade wahrscheinlich habe ich kein holz mehr doch holz habe ich was genug vor allem es werden rekruten benötigt seien eure befehle in bewegung es werden rekruten benötigt seien keine harnischmacher es werden rekruten benötigt aber brauche ich auch unbedingt harnischmacher wenn ich so oder so vorwärts das ist wahre die harnische kaufen kann bin zur stelle seier waffen geschultert so also meine verteidigung die es werden rekruten möglich sein schultert die waffen aber wird sich mal auf agression stellen falls die doch durchkommen sollten aber gern die stellschmerzen so so hi es ist eine botschaft herr jetzt brenne ich eure scheuden und eure stelle nieder bald komme ich und hole euch wir können ja das spielte mal auf 90 stellen euer gnaden euer gnaden euer gnaden es werden rekruten es werden rekruten möglich sein euer gnaden baumeister ausspielen wie wir eine botschaft jetzt brenne ich eure scheuden unter die zwei jetzt noch überrennen euer gnaden ein verlust hierher eine botschaft herr was ist los mit euch angst vor einem echten kampf nö genau nicht wirklich eure landschaft vorwärts pikiniere auf dem weg als doch höher kommen sollten als geplant au und da sie schon da haben sie tatsächlich was kaputt gemacht die wollen tatsächlich hier reinkommen in die boe dann mal schauen ob sie es schaffen ich glaube eher weniger dass sie es schaffen beispielsweise an aber mehr auch nicht eine die 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 durch platzieren in lagerungsgeräte was wünscht ihr so nur mal nötigt sein und dann wird ich auch eine botschaft ihr werdet meine axt spüren noch bevor das jahr vorbei das ist vollkommen in ordnung eine botschaft jetzt brenne ich eure scheulen und stelle nieder bald komme ich und hole euch eine botschaft jetzt brenne ich eure scheulen und stelle nieder bald komme ich und hole euch da bin zur stelle es werden es werden waffen zu diensten rücken aus dann würde ich nochmal hier hier darf uns geräte bemannt und natürlich hier ganze verticken Ah, im Moment mal die waffenkammer ist voll mein ort es werden rekruten benötigt sei es ist kein platz in der waffenkammer ok es werden rekruten benötigt wird noch mal ein paar antwort schützen noch ausbilden wollen also das ist wirklich ein art wo ich sagen muss ich spielt noch mal und ich werde jetzt keine wachs weitere benutzen aus den einen wo ich den sind schon ein bisschen eingesperrt habe aber mehr auch nicht so hier will ich natürlich mehr meiner steinbrüche schützen und da haben tatsächlich schon wieder ein einfach kaputt gemacht alter das vorratslager ist ja habe ich auch gerade mit deswegen wird es erst mal reduziert und die waffenkammer ist voll mein ort ja schön 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 ok merken wir gar nicht mal ausbilden so wenn die 16 euro kommt werde ich noch mal ein paar katapulte noch mal machen wollen schild wird neu positioniert schild wird neu position zur stelle bogenschützen bereit sind auf dem weg war liste bereit weil alles ist die katapulte noch mal was soll konstruiert werden konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerung das ist die sechs so katapulte bereit wird schon mal langsam hier her holen und das vorratslager ist voll das ist mir erstmal höchstpersönlich egal denn ich möchte ich möchte ihn ja eigentlich ist hochgekurbelt ist hochgekurbelt ist hochgekurbelt und der fremde schon so jetzt kann ich noch mal ich kümmern mich hierhin ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord wir stehen zu dir sehen würde ich mal auf ja du wirst nicht mehr gebraucht so das vorratslager noch mal ein bisschen auf der größe meine armee ist einfach schon so kann man ist da mal 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 schild bereit eure lachter schuld ist mal ist wir werden überfallen bin zu schildern zu diesen mal 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 Katapult bereit, Milon, so gut wie er lebt, eine Botschaft herbe. Keine Bescheidenheit, warum tretet ihr mir nicht hierüber? Katapult bereit, Milon, so gut wie er lebt. Balliste bereit, Milon, der Tod schreckt mich nicht mehr. Von der Pike auf gelernt. Nein, 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 nein. Eine Botschaft herbe. Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Stellen nieder. Fallt komm ich und hole euch. Balliste bereit, Milon. Katapult bereit, Milon. So gut wie erledigt. Was wünscht ihr? Ob das Sinn macht? Gebt mir eine Schaufel. Ja, dann geben wir mal hier eine Schaufel. Was ist dir benötige Steine? Verreit, Milon. So gut wie erledigt. Hervorragend. Ein erträglicher Aufmerksamkeit. So gut wie erledigt. Hi. Vorwärts pikiniere. So, dann würde ich sagen, los geht's. Wir greifen den ersten Jarl an. Er hat nix mehr zu sagen hier. Denn seine Einheit ist komplett weg. So. Katapult bereit. Bereit, Milon. Bereit, Milon. Die Waffenkammer ist voll, Milon. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Okay. Jetzt heißt es, erst mal ein paar Leute rekrutieren wieder. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Dolch habe ich extrem viel mehr sehen können. Es werden Waffen benötigt. Brot habe ich kaum. Warum habe ich Brot kaum? Oh, das ist sehr viel Mehl. Okay. Es kann dadurch sein, dass ich extrem viele Bevölkerung habe. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das würde ich nicht. Können wir hier so machen. Ja, dann holen wir mal ein paar Bäckereien noch zusätzlich. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. In Ordnung. Ein weiter Weg. Balliste. Ein unnötliches Ziel. Ja. Eure Landschaft. Rück aus. Gehen auch mal dort rundher. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Dann würde ich noch mal zwei Baumeister Leute erstmal holen. Denn ich möchte ja quasi noch mal ein paar Schilder nochmal holen. Dass wir eben gleich überrennen können. Es werden Rekruten benötigt sein. Also in vier Minuten bin ich so wahrscheinlich fertig. Und dann hätten wir diese Mission auch, wie soll ich sagen, nicht mit so viel Bugusing bestritten. Oh, tatsächlich haben sie hier wieder mal einer Dings abgerissen. Ich würde sagen, Eisen kann ich gut verkaufen. Holz kann ich auch relativ gut verkaufen. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Zu Diensten. 70. Mann. Sollte theoretisch hier reichen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. So. Konstruieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Die Waffenschauer ist voll, mein Lord. Oh, schon wieder voll. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Schultert die Waffen. Theoretisch könnten wir einfach so diese Dings hier hinein marschieren. Was aber überhaupt nichts bringt. Schild wird neu positioniert. Aye. In Ordnung. Sire. Bereit, mein Lord. Belagerungsgeräte bemannt. Belagerungsgeräte bemannt. Belagerungsgeräte bemannt. Belagerungsgeräte bemannt. Balliste. Bereit, mein Lord. Waffen geschultert. Zu Diensten. Die Ballisten waren die hier. Schultert die Waffen. Auf dem Weg. Was wünscht ihr? Das ist wahre Macht. Belagerungsgeräte bemannt. Aye. So. Schild bereit. Die Waffenkamera. Mein Bogen ist euer. Katapult bereit. Mein Lord. Katapult wird bestellstelle. Eure Lordschaft. Wir werden überschallen. Eure Lordschaft. Mein Herr. In Bewegung. Bereit. Katapult bereit. In Ordnung. Ein paar Leibesübungen schaden nie. Ja. So ist es. Katapult bereit. Mein Lord. So. Eine Botschaft. Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Stellen nieder. Bald komm ich und hole euch. So mal schauen ob er mich anzündet oder ich ihn. Ich reiß euch die Zunge heraus. Katapult bereit. Nein 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 nein. Das reicht schon. Katapult bereit. Mein Lord. Balliste. Bereit. Mein Lord. Ah. Die Waffenkamera ist voll. Und los. Eure Befehle. Balliste. Bereit. Bereit. Mein Lord. Balliste. Bereit. Mein Lord. Katapult bereit. Mein Lord. Der Vorlage. Da brennst du schon. Das ist okay. Nur nochmal hier bisschen was anzünden. Unmögliches Ziel. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Ne, was ist los? Du hast genug Zeit dich aufzurücken. So gut wie erledigt. Balliste. Bereit. Mein Lord. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Bereit. Mein Lord. Ist hochgekommelt. Oh. 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 Da brennt's. Oh. Oh. Astrat richtig weh. Ähm. Ja. Was soll ich sagen. Wird es die ganze Zeit mit Katapulten machen. Und ich mach's eben mal ganz gerne mit Ballisten. Bereit. Bereit. Mein Lord. Ich hab schon viele Feuerwehrlöscher. Äh. Feuerwehrlöscher. Ist hochgekommelt. Erfuhrlöscher. Ist hochgekommelt. So. Erfuhrlöscher. Ich bin zur Stellerliste. Bereit. Meilor. Ist hochgekommelt. Erfuhrlöscher. Da brennt's nochmal. Wär schön. Die benötigen Steine. Aber gern die benötigen Steine. Katapult wird bewegt. Eine Botschaft, Herr. Ich kann mein Wald hören, die Türen. Egal was jetzt noch kommt. Ähm. Er kann mich nicht besiegen. Bam. Er ist hochgekommelt. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Meine Trägerung verlust. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. Ich spölt doch nicht meine eigene Einheit kaputt machen. So gut wie erledigt. Bereit verloren. Mit denen ist nicht zu spät. So jetzt hat er überhaupt gar nichts mehr. Erfuhrlöscher. Ist hochgekommelt. Jetzt. Ballist hat der Pfund bereit. So gut wie erledigt. So hat er noch irgendwen. Oh er hat schon wieder hier das Ding kaputt gemacht. Okay. Ich sag mal. Eure Beliebtheit sinkt. Bam. Sinkt meine Beliebtheit. So weil mein Lager voll ist. Eure Beliebtheit steigt. Ihr habt nicht genügend Güter. Steigt meine Beliebtheit. Ähm. Ob das Sinn macht? Ich würde sagen. Wir buddeln das Ganze mal aus hier. Schild bereit machen. Bereit. Obenschützen bereit. Hier. Ihr. Ihr braucht mal ein bisschen mehr buddeln. Und einen in den Graben. Eure Beliebtheit sinkt. Das was er aufgraben hat. Wir werden überfallen. Das buddeln ich mal ganz schnell auf. Wir werden mir überfallen. Wo werde ich überfallen? Hier hat er auch schon wieder irgendwas kaputt gemacht. Die Waffenkammer ist voll. Balliste. Katapult. Was wünscht ihr? Sobald das Ganze hier weg ist. An Wasser. Werd ich mal so richtig hoch gehen. Denn. Hat da gar nichts mehr. Keine Einheit. Kein Gold. Okay. Hi. Vorwärts pekinierbar. Ungeleben hast du. Auch voll. Das geht ganz schnell runter. Und deswegen gehe ich mal auf 30 Tempo. Ähm. Ja. Wir sind. Haben wir den letzten Jahr aufgesiegt. Und ich denke mal. Das ist besser. Als im letzten Part. Was ich gemacht habe. Ähm. Wenn ich. Sag ich mal. Einen. 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 Falls die. Zu aggressiv. Werden. Sieg. Dann finde ich das noch vollkommen in Ordnung. Also. Sprich. So wie jetzt. Ähm. Kann ich. Machen. Wenn ich wirklich. Überhaupt. Keine Chance. Sehe. Ich hätte auch jetzt. Ein Jarl. Einsperren können. Den Lilanen. Den Schwarzen. Das wäre. Rumbinum gewesen. Äh. Äh. Ich brauche. Zumindestens. Einen. Der. Wirklich. Ähm. Eingesperrt ist. Wenn die. So nah. Dastehen. Oder. So aggressiv. Sind. Wie die Prinz Johns. Ähm. Sag mal. Bei der einen Mission. Zum Glück. Waren das Bergbaumeister. Da hatten sie. Relativ viele. Tunnelgräber. Und. Was hatten sie noch. Bogenschützen. Verwendet. Und. Wären das. Fünfmal. Prinz John. gewesen. Wesen. Uh. Äh. Wäre das. Wirklich schlimm. Aber. Wir haben. Endlich mal. Missionen. 36. Der Abstieg. Ähm. Besser gemeistert. Als im letzten Part. Also. Ich hoffe. Dass es euch gefallen hat. So. Ähm. Anstatt. Im letzten Part. Naja. Ich würde sagen. Das war's. Erstmal. Für die Mission. Ich werde nicht. Noch einmal. Diese Mission probieren. Ich werde so oder so. Irgendwann. Diese Mission. Noch mal. Spielen müssen. Nur mit. Arabischen Einheiten. Und da werde ich. Wahrscheinlich. Ein bisschen anders. Vorgehen. Müssen. Warum. Werdet ihr. Wahrscheinlich. Irgendwann. Sehen. Aber. Dazu. Spät. Mehr. Ähm. Naja. Ich würde sagen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. In der Mission. 37. Das Inferno. Das hatten wir ja auch schon im letzten Part. Angeschaut. uns. Wir müssen gegen drei Großvisiere antreten. 10.000 gegen 10.000. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Wie ich das Ganze mache. Ob ich die Großvisiere mit Menschen überrenne. Oder auch eher weniger. Also mindestens einen von den dreien. Beziehungsweise einen von den zweien hier. Muss ich mal schauen. Ob ich überhaupt da drauf Lust habe. Naja. Ich würde sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Ciao.